Die können irgendwann mal und das ist möglich. Und endlich Leben fassen können. Sie lernen dazu, lernen dazu, lernen dazu, lernen dazu und sind irgendwann eigen. Deswegen sind sie eine künstliche Intelligenz. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis das passiert. Deswegen geht man auch mit hin und... Glaub ich noch nicht mal, ne? Ne, es gibt auch Forscher, die schon mega Angst davor haben, dass man hingeht und eine künstliche Intelligenz und so ein Scheißzeug... Wobei, bevor ihr startet, muss ich grad mal was gucken. Gibt's nämlich jetzt... Äh... Hm, was? Ist mir egal, auch wenn es startet. Ja, er kann auch von mir aus nebenbei schon starten. Ich muss ja jetzt grad noch mal gucken, wo wir da bei dem Thema sind. Wie hieß denn der Typ, den ich da jetzt abonniert hab, wegen dem Video nochmal? Deine Mutter? So einen komischen Quatsch. Hallo? Ja. Waffen, du bist scheiße. Stecken, 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 komm, komm. Ey, wo seid ihr? What? Wo seid ihr? Ich bin hier. Reload! Reload! Hinter dir, hinter dir! Mit Kohle kann man sich, glaub ich, auch irgendwo Waffen kaufen. Hier ist Leben. 1400. Hab ich nicht! Achtung! Reload! Links neben dir, links neben dir! Muffin hat mir noch keine Ahnung, wo Waffen die abhielt, ey. Ja, vor allem, wo ist Muffin? Keine Ahnung. Hallo? 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 Muffin, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Es ist so weiß hier. Warum ist es hier so weiß? Warum liegt Schnee? Was kann ich mit dem Geld denn machen? Munition, Waffen, Leben kaufen! Irgendwo. Irgendwo, hier beim Burgerladen, oder? Also hier hinten gibt's ne Waffe. Nein! Was bedeutet das? Bedeutet das, er wurde, ähm... Block! Nein, Block! Gib mir deinen Loot! Nein! Nein! Oh, du hast ne Revolver, Alter! Ja, der hat mir auch nix gebracht! Bin ja gestorben! Woher hast du den? Ja, den hab ich gekauft für 300! Wo? Ja, an der schwarzen Wand da hinten an der Tafel, gegenüber vom Kiosk! Ach, krass! Äh, 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 äh... Respond disabled? Warum ist es respond? Muss ich die Runde schaffen, Alter? Mach mal! Ach so, mach mal, sag da! Hier, was ich gelesen hab, weil Moores Law ist, äh... Moores Law lang... Moores Gesetz auf Deutsch so ein bisschen... Langsamer vorangeht mittlerweile, gibt's Neuromorphic Computing. Das sind ja Computerchips, die nach dem menschlichen Gehirn entworfen werden. Geil, oder? Justin ist tot! Was? Ähm, hallo? Ja, steht hier, Justin ist schwering im Kampf getötet. Ah, nee, das... Nein, das war meine Meldung. Ach so. Statistics, Log, TBR Radio... Martin, wo bist du gestorben? Äh, irgendwo, wenn du auf diesen Burger-Shop zugehst, nach rechts. Ja, wie soll ich das sonst beschreiben, Mann? Ich fand nämlich Munition und hab nur noch sechs Schuhe mit dem scheiß Revolver, Alter. Ja, als würdest du meine Munition. Du hattest wenigstens Revolver, wo hattest du nur Revolver her? Ja, von... Ich kann ja nicht John, der hatte. Von mir! Warum hattest du einen Revolver? Weil ich mir einen gekauft hab? Wo kann man sich den kaufen, überhaupt? Boss-Round! Alter, was? Respawn! Respawn! Ich will nicht mehr! Wie mach ich das denn? Ja, indem du auf Respawn drückst. Nein, ich mein das Waffen kaufen und so. Wie Respawn? Ich hab auf Respawn geklickt. Hallo, hallo! Ich auch, aber irgendwie hat's nicht ganz geklappt. Gegenüber vom Kiosk war eine schwarze Tafel, da konntest du Waffen kaufen. Ah, okay. Ihr gesehen hättet, was ich gesehen hab. Nee, hab ich nicht gesehen. Ich war ja irgendwie leider noch im Respawn-Modus. Ja, ja. So, und du? Er hat rote Augen. Ich würd's ja noch mal neu anfangen, ja. Ja, aber es ist doch blöd. Wieso kann man denn nicht Respawn machen, ne? Ich weiß nicht, es gibt einen Trick dahinter. Ich nehm an, dass ich jetzt die Runde irgendwie beenden hätte müssen. Er hat mir ja gerade Respawn irgendwie angeboten, aber es hat nichts gebracht. Aber warum sind das Nazi-Termis? Weil der rote Augen hat und scheiße stark war. Keine Ahnung, ne. So, und wie komm ich jetzt hier wieder raus, ey? Alter, vier. Nee, einfach nur Escape und abwischen. Nein, alter, vier. Also, weit sind wir ja nicht gekommen, ey. Ich hab zehn Kills. Echt nicht. Ich hab, äh, zwölf. Muffin hat 13? Der Cheater, ey. Hab ich? Ja. Geil, aber ich hab auch mal die letzte Monie verschwunden. Die Bossrunde kam. Ich war... Sorry, das muss ich auch mal wieder spielen. Ich war so alleine da hinten, weißt du, irgendwie, äh, tot. Respawn disabled? Super, ich hab noch nicht mein Bildschirm. Ah, ne, Bossrunde. Die Bossrunde, du musst eine Mission neu starten, du hast eine Mission neu gestartet. Was hab ich denn gerade gemacht? Die Mission neu gestartet? Wäre nicht richtig, es gibt, es muss noch mal eins weiter zurück, glaube ich. Ja, der Neustart, der wieder nicht funktioniert, wo ich fünfmal Neustart drücken kann, mhm. Das ist echt, äh, also die Bossrunde startet nur bei drei Spieler insgesamt, die das Spiel spielen. Jetzt kann ich den Server wieder neu aufmachen, ey. Oh, Mann, ey. Nur weil irgendwo ein Bug drin ist, weil er den Neustart nicht macht, ey. Also, würdet ihr das nächste Mal bitte überleben? Der macht, der macht den Neustart nicht bei mir. Ich kann's auch aus dem Download-Weiß. Ja, du machst, mach du noch, vielleicht läuft's bei dir besser. Weil ich kann irgendwie den Neustart sozusagen nicht machen. Äh, Server, Browser, Direkt, Internet, Freunde? Freunde, Freunde? Ja, Moment, ich muss ganz kurz das Ding noch abonnieren. Äh, hä? Ach doch, da steht doch, Freunde, ich blinde Nusse. Workshop? Oh, bin ich so müde, Alter, ey. Das war eigentlich schon echt umfangreich, erstaunlich, komisch und noch unreif für mich, zumindest. Weil ich nur wusste genau, was abgeht. Und ihr habt die Bossrunde erlebt, die war echt krass. Ja, die ging auch echt lange, ey. Ja, wenn ein scheiß Zombie mit rotem Auge aus der Erde rausschießt und auf euch zuläuft. Ich lass mal den KI-Typen an, vielleicht funktioniert das dann in Spawn. Ups. Bist du das? Lulz-On? Ja, ja. Was für ein Lulz-On? Ich hab einfach Scheiß eingegeben. Lulz-On? Ne, Lulz-On. Ah. Ich hab einfach nur Scheiß eingegeben. Beim Passwort auch? Ne, beim Passwort nehme ich das Passwort, was ihr kennt. Jetzt haben wir ne AI-KI. Ja, ich weiß nicht. Ne KI-AI. Ne AI-Ding. Es kann sein, dass die den Respawn forst. Äh, haben wir ne Taktik? Am besten zusammenbleiben, oder? Einfach auf den Kopf verschießen. Weil... Ich hab ja gesagt, Zombies totschießen, ja. Weil Kopfschuss selbst hat irgendwie jetzt auch nicht gerade wirklich viel gebracht, ey. Ah, aber alles andere bringt bei Zombies gar nichts. Du bekommst 10 Moneten, wenn du den triffst. Im Kopf? Also um viel Geld zu treffen, äh, getrückt bekommen. So. Können wir nicht auf Start drücken, irgendwie? Jetzt mal ganz kurz. Was ist hier? Bereit? Ja. Start? Ja, Start. Siehste, und jetzt... Da ist die schwarze Tafel. Da hab ich vorhin die Waffe gekauft. Ah. Ich hab ja aber erstmal eine Pistole, die reicht. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir uns so im Kreis stellen, ne? Warte mal, da kann ich die Türen aufbauen, äh, aufkaufen. Kann man? Was kann man machen? Was? Max Ammo? Hab ich grad irgendwie nur was gehört? Ja, ja. Maximale Munition. Alter, wo kommt die denn her? Aus dem Boden? Ja, ich hab die abgesammelt. Guck mal, wir haben eine Akkene. Ja, ich hab ein paar gerade. Reload! Reload! Nein, mach ihn doch weg! Reload! Nein, was gibt's da für Waffen? Ah, cool! Das geht... Ja, ja. Da bin ich ja! Aufheben, 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 aufheben. Da sind noch Töbis! Servo, boi! Nein! Aufheben, aufheben, aufheben! Hätt ihn doch auf! Bitte! Hätt ihn doch auf, ich versuch dich zu treffen! Ach, das kann man! Gut, sag das doch! Ja! Nein! Ja, Entschuldigung! Danke! Danke! Ihr bleibt mich! Ihr bleibt mich! Nein! Nein! Block! Da war jetzt unfair! Ich hab' dich auf! Ne, warte, wie heb' ich dich auf? Er ist tot! Ach, sch... Ne! What the fuck? Ich bin entspannt, ob es jetzt was bringt. Ach, hier gibt's ne ordentliche Waffe. Welche Runde ist jetzt? Drei? Ne, vier ist jetzt... Mach die Runde mal zu Ende, Muffel! Ja, wieso soll ich die denn zu Ende machen? Hier steht noch einer außerhalb der Mauer. Muss ich den noch drücken machen, oder was? So, jetzt hab' ich... Jetzt hab' ich... Ja, das konnte ich vorhin auch. Hat aber auch nix gebracht. Ja, auf den Punkt klicken und dann... Jetzt ist hier wieder einer. Wer ist denn das von euch? Oh, geil! Bin da! Bin da! Bin da! Bin da! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Pass auf! Ich hab' keine Waffe! Lenk ihn ab! Lenk ihn ab! Ich muss die Waffe aufnehmen! Ich leg' ihn ab! Geh' die Waffe aufnehmen! Geh' die Waffe aufnehmen! Ich hab' noch... Ich hab' noch keine Waffe! Schallt die Wand an! Die unten ist doch nett, bitte! So kippt dich, Junge! What the fuck? Was soll man gegen den Mauer? Ich weiß nicht! Ist das ein Scheiß! Ich hatte noch keine Waffe gehabt, Mensch! Ich auch nicht! Wir müssen uns alle, glaub' ich, diese Waffe kaufen oder da einfach draufhalten! Ähm... Oder? Ja, bloß das... Das war's jetzt erst mal wieder für uns! Wir müssen erst mal rausfinden, welchen Tür wir als erstes öffnen müssen! Ja! Also die Waffe war... Weiß ich nicht, was das für eine Waffe war! Ist da! Und dann wollt ihr Muffins Waffe aufholen, deswegen hab' ich gesagt... Ich schlenk' ihn ab und dann hat er dich eingegriffen und dann hab' ich gesagt... Na danke, dass du ihn abhängst und dann war's vorbei! Ja! Immer auf die... Immer auf die Dicken, ja super! Aber ich muss sagen, ich find' das mit den Perks voll geil! Oh! Muffin fängt einfach an! Na warte, warte! Dann halt nicht! Dann warten halt nicht!